Willkommen zu einer neuen Folge, mit dem Herstiegs und heute spielen wir Slyther.io und ja, das läuft sehr super und wir nennen uns Yadio Exus Exus und dann spielen wir das mal Alter, 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 was ist los, was ist los, was ist los was ist los, was ist los, was ist los, was ist los, mein Gott Slyther.io ist instabil, hab ich jetzt auch kapiert, warum Machen wir ja high quality, es läuft ja mit 23 FPS Was ist mit Slyther.io, mein Gott, ich will Slyther spielen Mein Gott, ich will es nochmal mit Slyther.io Slyther.io, das ist Slyther.io Warte, low quality Jensio Exus Mit low quality gehts wohl Ah, ah, das war unfair Play again Also Würmchen müssen wir ein bisschen größer werden natürlich Oh mein Gott, der kreist mich ein So ein, so ein Blödmann Meine größte Länge war 45 Ich bin so ein Loser Nein, meine größte Länge muss ein bisschen größer werden Ach, so mache ich Boost, so hätte ich entkommen können, neben Freunde Jetzt bin ich ein bisschen größer als davor Nächstes Mal würde ich andere Leute umbringen, Leute Ihr werdet es sehen Höh, da, da, da... da hat er die digga der 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 wollte nicht alter mein gott die wollen alle nicht gegen mich oder die solche angsthasen da wo werden wir dann aber größer leute ich habe schon probiert voll auf der titanic im hoch zu laden sieht aber scheiße aus ist gar nicht gut sollte die aufnahme nicht sehen ihr solltet die aufnahme bloß nicht sehen weil ich so scheiße geworden und so aber leute ich habe leider mein macbook ist kaputt gegangen und ich kann jetzt feinde karpon nicht benutzen was im gegenzug bedeutet ich kann nicht kennen keine geschnittenen folgen mehr geben gibt sich das damit mich gerade einzuziehen der probiert mich gerade ernsthaft einzukreisen digga probiert es nicht ich werde diesmal mehr als tausend groß schau mal der brust ist voll au 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 wir dürfen gar nicht um rand meines broters entfliehen und sie mal vor ich bin jetzt schon so eine million groß ich probiere mal jetzt zu killen kill den kill den kill den kill den als ob ich war 595 groß meinen gott change my skin probieren dass wir unseren skin bisschen zu ändern unser skin blöd aus dir germany sind wir ja wir sind germany endlich ich habe gar nicht mal ich habe gar nicht gold freigeschaltet wo ist mein gold alter jetzt hat er mein gold spieler nicht nach slither you sagt sie gibt es so ein spieler ja ja im gold freigeschaltet geil so mit o ja 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 ich hab meinen ersten kill so mit o ja ja ich hab meinen ersten kill wenn ich jetzt den killen würde das ist ja so geil wir sind noch gar nicht groß genug um das zu tun wir müssen noch ein bisschen größer werden als das was soll ich das an man ey was mit meiner blöden maus los meine maus blöd gott das ist jetzt gerade ein geiles feld da können wir uns wieder aufladen es gibt 25.000 herr wurmer wir waren am größten nö 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 und der hat jetzt zu fressen es ist ich wollte wenigstens schwarz rot gold ein paar mal freischalten ein paar mal hebt gehört deutschland muss größer werden deutschland deutschland ne ich bin kein nazi deutschland kann noch getötet werden ja wir haben endlich mal auch schwarz nochmal doppelt schwarz kommst kriegen wir doch doppelt rot das wird geil was das das britain 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 das kommt aber briten es gibt auch in usa so zack so 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 ja wir haben jetzt schon mal jetzt noch mal rot geil und vorstelle ich mal wo man kann auch die schwänze von den anderen würmern abbeißen das wäre so geil denn dann könnte man wachsen ja das war bisher der größte deutsche wurm denke ich aber ich glaube der größte deutsche wurm war auch irgendwas mit deutschland da haben wir es deutschland 19.200 number one heißt der eine ist number one expresswurm und donner ich würde deutschland jetzt gehen würde ich sagen mit digga jetzt bin ich deutschland doch mein gott ich werde größer ich werde fetter mein der wurm wird immer fetter geil der wurm wird immer fetter und wo sind denn die anderen ich probiere noch größer zu werden eigentlich im moment mein rekord zu knacken wo bin ich 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 wer raus zu kriegen wo ich bin denn ich weiß nicht wo ich bin ich glaube ich bewege mich immer weiter weg vom mittelpunkt ich glaube wir müssen weiter da rein um die fetten würmer zu bekommen wir wollen wir wollen wir mal essen leute leute das ist jetzt hier nichts mit leckerschmecker oder so hier ist sogar eine linie wo wir lang müssen wo wir lang müssen hier lag meine leiche hier lag mal eine verdammte leiche da war gerade ein wurm ja wir gehen darüber jetzt in die mitte ja 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 Digger da sind die kleinen da sind die kleinen da läuft noch die Aufnahme ja geil die Aufnahme läuft noch OBS Studio rastet geradeaus mit wie viel FPS 29 geil Die erste Aufnahme mit 29 FPS Dö 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 dö. Frederico ist schön is 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 da Rainbow 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 Jaaa Jetzt füh ich mich so richtig geil Mein erster kill in der Größe mein Gott jaaa geht doch hier noch in der spur oder was was von so einem gebrachten lassen leute das hat meine videos sei ich weiß nur zehn minuten aber nicht wenn es werden größer jetzt habe ich gerade kein set mehr das ist mit der folge bis zur nächsten